Damit du deinen Schülern nicht nur Materialien zur Verfügung stellen kannst, sondern auch Wissen in einem gewissen Rahmen überprüfen kannst, möchte ich dir nun zeigen, wie du ein Quiz mit Microsoft Forms erstellst. Nach der Anmeldung in Office 365 findest du Forms bei den anderen Apps direkt am Startbildschirm. Wenn du nun beim Startbildschirm von Forms angekommen bist, kommt schon der eigentlich schwierigste Teil auf dich zu, und zwar musst du hier auswählen, ob du ein Formular erstellen möchtest oder ob du ein Quiz erstellen möchtest. Es ist hier essentiell, die richtige Auswahl zu treffen, da, wenn du ein Quiz erstellen willst und aus Versehen Formular gewählt hast, dies nachträglich nicht mehr rückgängig machen kannst. Ich wähle hier nun also ein neues Quiz. Das Quiz soll passend zur Lerneinheit mit den Längenmaßen sein, also bekommt es auch den Namen Längenmaße. Dazu gibt es noch ein passendes Bild, in diesem Fall direkt über die Bing Bildersuche, Maßstab und wir finden hier schon ein passendes Bild für unser Quiz. Und schon können wir beginnen mit der ersten Frage. Es ist in Forms nun möglich, entweder eine Auswahlfrage zu stellen, eine Textantwort zu verlangen, eine Bewertung abzufragen oder auch etwas in eine Rangfolge zu bringen oder jetzt neu eine Datei-Upload. Das heißt, es kann dann zum Beispiel ein Bild hochgeladen werden oder auch ein ausgefülltes Arbeitsblatt. Ich starte nun zuerst einmal mit einer Bewertung. Da mein Quiz beginnen soll mit einem Video von mir, stelle ich als erstes die Frage, wie hat dir das Video gefallen? Hier kann es geben 1 bis 5 Sterne, Punkte vergebe ich hier nicht, da ja keine richtigen oder falschen Antworten möglich sind. Über das Bildsymbol habe ich nun die Möglichkeit, entweder ein Bild hinzuzufügen oder in meinem Fall nun ein Video. In diesem Feld kann ich direkt die YouTube-Adresse zu meinem Video einfügen und schon wird das Video hier in meine Form eingebettet. Nun beginne ich mit den Fragen. Als erstes beispielsweise eine Auswahlfrage. Welches ist das kleinste Längenmaß? Als Optionen gebe ich Meter, Kilometer, füge noch Optionen hinzu wie Zentimeter und Millimeter und zu guter Letzt noch Dezimeter. Neben der richtigen Antwort, in diesem Fall Millimeter, muss ich nun dieses Hakerl setzen, damit Forms auch weiß, welche Antwort richtig ist. Mit der Sprechblase könntest du nun noch ein individuelles Feedback an deine Schüler geben, wenn sie diese Antwort auswählen. Für die Absolvierung dieses Formulars ist das allerdings nicht notwendig. Nun kann ich diese Aufgabe noch bepunkten, zum Beispiel ein Punkt und ich setze diese Aufgabe auch noch auf erforderlich. Ansonsten könnte diese Aufgabe nämlich übersprungen werden und Schüler oder Schülerinnen machen nur ein oder zwei Aufgaben in diesem Quiz. Habe ich keine Single-Choice-Antwortmöglichkeit, wie in diesem Fall Millimeter, sondern Multiple-Choice, kann ich mit dem Button mehrere Antworten das aktivieren und es wäre nun auch möglich, dass beispielsweise zwei oder mehrere Antworten richtig sind. In diesem Fall ist allerdings nur Millimeter richtig und deshalb deaktiviere ich diesen Button wieder. Als nächstes möchte ich noch zeigen, wie eine Textantwort funktioniert. Ich möchte wissen, an welchem Dom ist eine Elle angebracht. In Klammer noch, der Dom steht in Wien und dann beim Punkt Antwort hinzufügen gebe ich nun ein, dass es sich um den Stephansdom handelt. Möchtest du hier mehrere Antworten gelten lassen, zum Beispiel verschiedene Schreibweisen eines Wortes gelten lassen, könntest du hier auch noch eine zweite Antwort hinzufügen, beispielsweise Stephansdom mit F geschrieben. Da dies für mich allerdings keine adäquate Antwort darstellt, lösche ich diese wieder und lasse nur Stephansdom mit PH gelten. Es gibt hier nun wieder einen Punkt zu verdienen, die Aufgabe ist erforderlich und ich gehe zu einer neuen Frage. Nun möchte ich dir noch zeigen, wie eine Rangfolge funktioniert. Bringe die Längenmaße in die richtige Reihenfolge, Klammer, Klein, Groß. Beim Festlegen der Reihenfolge musst du nun so beginnen, wie die Antworten dann sortiert werden sollen. In meinem Fall beginne ich bei Klein mit Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, Meter und zu guter Letzt noch die Kilometer. Da hier nun mehr Arbeitsaufwand notwendig ist, gebe ich für diese Aufgabe zwei Punkte. Zum Abschluss möchte ich nun noch einen Datei-Upload hinzufügen. Hier steht nun, dass ein neuer Ordner in meinem OneDrive erstellt wird. Okay. Und dann poste ein Bild von einem Gegenstand, der circa einen Dezimeter lang ist. Eine Datei kann maximal hochgeladen werden. Das Größenlimit beträgt hier nun 10 MB. Es gibt dafür einen Punkt und ich bin fertig. Wenn ich nun noch mein Quiz überprüfen möchte, wie das aussieht, kann ich auf den Button Vorschau klicken. Hier sehe ich nun, wie das Quiz auf einem Computer aussehen würde und mit dem Button Mobiltelefon sehe ich nun, wie mein Quiz auf einem Mobiltelefon aussehen würde. Mit dem Button Zurück komme ich wieder in die Bearbeitungsansicht und hier hätte ich nun noch die Möglichkeit, über den Button Design das Design meines Quizzes etwas anzupassen. Bin ich nun damit zufrieden, können wir Forms eigentlich schließen, da wir den Teilen-Button in diesem Fall nicht brauchen, weil ich dieses Formular nun direkt in unsere Teams einbinden möchte. In der Titelzeile von Forms steht nun der Titel des Quizzes und gespeichert. Du kannst dir also sicher sein, dass dein Quiz gespeichert ist. Ich schließe nun also Forms, wechsle wieder in unser Team, gehe dort in den Kanal Längenmaße und binde über die Konnektoren nun noch ein neues Formular ein. Das geht mit einem Klick auf Forms und hier möchte ich ein vorhandenes Formular hinzufügen, und zwar das Formular Längenmaße. Nun hast du noch die Auswahl, möchtest du Antworten sammeln oder die Ergebnisse deinen Schülern und Schülerinnen zeigen. In den meisten Fällen möchtest du Antworten sammeln, also bleibt dieses Feld im Originalzustand. Ich entferne das Häkelchen wieder und klicke dann auf Speichern. Und nun hast du direkt in Teams dein Formular eingebunden und deine Schüler und Schülerinnen können nun das Formular ausfüllen und du den Wissensstand deiner Klasse überprüfen. Der große Vorteil durch das direkte Einbinden von Forms ist, dass jeder aus deiner Klasse bereits mit seinen Logindaten angemeldet ist und Forms automatisch nun speichert, welcher Schüler und welche Schülerin welche Leistungen gebracht haben. Nachdem deine Schüler und Schülerinnen nun dieses Formular ausgefüllt haben, wechselst du wieder zu Microsoft Forms, wählst dein Formular aus und über den Button Antworten könntest du nun die Ergebnisse deiner Schüler und Schülerinnen einsehen. Ich starte nun einmal einen Testlauf mit meinem Formular. Das Video hat mir gut gefallen. Das kleinste Längenmaß ist Millimeter. Es handelt sich um den Stephansdom. Und die Längenmaße werden noch von klein nach groß sortiert. Und das Bild hochladen erledigen wir auch noch. Und ich kann nun mein Formular absenden. Über den Button Ergebnisse anzeigen können deine Schülerinnen und Schüler nun sehen, wie viele Punkte sie nun erreicht haben. In diesem Fall 4 von 5 Punkten. Der Punkt für das Hochladen des Bildes wird nicht automatisch zugeordnet, da du dann zuerst selbst überprüfen musst, ist das Bild ein richtig hochgeladenes Bild, also mit einem Gegenstand mit einem Dezimeter oder nicht. Wechselst du nun wieder nach Forms, siehst du nun hier die erste Antwort, siehst, welche Fragen wie beantwortet wurden und dann bekommst du auch noch hier die Übersicht eine Antwort. Dieses Bild wurde hochgeladen. Möchtest du eine Antwort deiner Schüler separat prüfen, klickst du auf Antworten prüfen und du siehst nun, Testlehrer hat 1 Minute 31 gebraucht, 4 von 5 Punkte, 0 Punkte für das Video, da wir hier ja keine Punkte vergeben haben und beim letzten Punkt, beim Hochladen des Bildes, steht nun in Rot, muss überprüft werden, das heißt, ich muss mir das Bild ansehen und wenn ich damit zufrieden bin, kann ich einen Punkt geben und gehe wieder zurück. Möchtest du dir die Gesamtübersicht der Ergebnisse speichern, kannst du diese in Excel öffnen und dann auf deinem Computer speichern und so für dich archivieren. Und nun wünsche ich dir ein gutes Gelingen beim Eintauchen in die Welt von Microsoft Forms und beim Einbänden in Teams.